Hallo, mein Name ist Andrea Dahlke von Mandarin Medien und ich bin zuständig für die Beratung von Kunden und die Konzeption von Kundenprojekten. Heute möchte ich Ihnen mal eine Form des Social Media Marketings vorstellen, nämlich die Werbung auf Facebook. Facebook kennen Sie alle, wenn Sie auf Ihrer Pinnwand sind, haben Sie rechts daneben kleine Werbeanzeigen. Genau um diese geht es heute. Möchten Sie so eine Werbeanzeige schalten, gibt es bei Facebook die Möglichkeit, Zielgruppen genau zu bestimmen, wo diese Werbeanzeige geschaltet werden soll. Sie können zwischen verschiedenen Parametern auswählen, wie zum Beispiel dem Ort, Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus bis hin zur Ausbildung und Arbeitsplatz. Das heißt, lege ich mir eine Anzeige an, wird diese Anzeige auch nur bei Usern angezeigt, die meine Voraussetzungen erfüllen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Sie durch Werbung auf Facebook Ihre Streuverluste minimieren, was ein ganz großer Vorteil gegenüber klassischer Printwerbung ist. Außerdem erreichen Sie eine wirklich gut sortierte Zielgruppe. Das war's für heute von mir. Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Bis demnächst.